Caroline Dairuns Caroline Dairuns, wer sind Sie? Ich bin Mutter von zwei jugendlichen Kindern, verheiratet, wohne in Niederhelfenschwil und bin berufstätig zur Zeit auf der Gemeindeverwaltung Niederhelfenschwil und ab dem Februar bei der Standortförderung des Kantons St. Gallen. Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat? Es gibt grundsätzlich zwei Gründe. Einerseits geht es mir ganz sicher um die Wirtschaft bei unserem Kanton St. Gallen. Das hängt auch zusammen mit meinen Kindern, die im jugendlichen Alter sind, wo ich sichere Lehrstellen haben möchte, die ich zu allen Berufsbildungssystemen fördern möchte. Und für das brauchen wir gute Unternehmen bei uns hier im Kanton. Und mein zweiter Grund ist ganz klar die Vereinbarkeit von Familien und Beruf und sie muss realistischer werden als das, was sie im Moment ist. Was zwar sehr schöne Theorien sind, aber leider im Alltag für sehr viele Frauen nicht aufgeht. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.